krass sehr gut und herzlich willkommen zum allerletzten part von the end mit dem bombenstar bombenstar mit bm zockt oder bombenmix bombenstar das ist jetzt bedingt der letzte part vielleicht sind wir die größten noobs und finden das portal nicht wieso kommst du dich auf den server verbindungsaufbau fehlgeschlagen ah ok wo bist du oh gott pass auf dass du hier nicht was ist los hat grad bei mir ein bisschen gebargt ok bewegst du dich grad ja mach mal re-log oh mein internet ist gag oh ich hab nur drei wagen ja richtig auf jeden fall den letzten tag würde ich bewegst du dich jetzt bewege ich mich bei dir ja wo stehe ich jetzt bei dir ok lass erstmal ein paar steine abbauen bevor wir reingehen weil ich habe gehört dass man auch auf plattformen in der luft spawnen kann hey nein oder also als ich das mal gemacht habe also als ich das mal gemacht habe bin ich da so gespawnt aber es kann natürlich sein also ich bin ja es ist bedingt ich würde trotzdem mal mitnehmen ok ich habe genug stein eigentlich also ich habe schon ein bisschen auf jeden fall warum sollte ich auch mitnehmen so ja doch also ich habe auf jeden fall stein den hat es nämlich am meisten ja komm mach ich auch dann ja aber ich glaube das stimmt nicht was ist silberfische alter die erschrecken mich doch nicht so ich bin einfach auf dem stein gestanden ich habe mich aufgewandert plötzlich silberfische die mich nach oben ich habe mich voll erschrocken ja ich mich auch oh wenn wir jetzt sterben würden stell dir das vor ich will den kampf jetzt auch wirklich schaffen nein alter es kommen immer mehr du meinst auch schwer ist dir nicht so leicht ist dir nicht so schwer ich weiß nicht hast du doch letztes mal angepriesen ja nee ich habe gesagt ich hatte schutz 4 überall und stärke 5 blablabla und jens glätte es ist glatt finden wir sie ja noch ja ich hoffe jetzt einfach mal dass es nicht stimmt alter wie scheiße das wäre dann haben wir nichts oder was ja also wir müssten uns dann auf die insle rüber bauen aber ich bin mir nicht sicher wie werden wir denn gehalten also ich weiß auch nicht weil ich bei mir ist noch nie passiert aber ich habe es einfach gehört jemand hat es mir gesagt okay komm lass es suchen ich habe genug steine jetzt ich habe auch 58 ja gut wenn wir beide so viel haben dann dürfte das reichen wie viel hast du denn ich habe ich habe 19 rissige steinziegel dann 10 bemoste steinziegel 25 steinziegel und 30 bruchstein komm 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 ich bin zu dumm für diese leiter ich habe ich habe ich habe ich habe hier da hier haben wir der letzte part was heißt das könnte ich das ist der letzte part von minecraft sind leute und jetzt hallo portal jetzt aber plötzlich geht das mal googeln ich weiß lassen wir kurz machen dann schaue ich mal was da los ist okay leute wir gucken dann mal eben auf google wasser leute ist bis gleich jungen leute das sind wir wieder wir haben den server mal kurz neu gestartet und jetzt funktioniert vielleicht war das gerade schon da das in portal nur das wurde einfach nicht angezeigt da bin ich mir nicht ganz sicher das kann auch sein die endaugen restlichen tue ich mal weg so ich erst mal noch kurz was ich erst mal kurz was also wir haben gerade schon das ganze hier also wir haben das ja vorhin genauso gehabt wir haben einfach so eine gestaltung blog und dann war es auf einmal da vielleicht war es schon aber das war uns bevor wir die lava springen hier weg gehen wir rein ja drei ich habe angst warte 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 okay ich habe angst alter der der letzte part von sand und ich bin schon drin scheiße obsidian alter ich wusste das wird passieren was auf wo es ender dragon keine ahnung und das macht mir angst okay warte erst mal plattform vergrößern oder würde ich auch sagen warte warte aber was du auf sind kommt ender dragon gut noch ist er zum glück nicht hier ja sag bescheid wenn er kommt alle guck doch guck doch also du guckst da schon okay ich knall nur die dings die lebensanzeigen von ihm ab ok warte 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 sagt bescheid wenn er kommt ja ja ich für größer die plattform ich hab so angst ja ich auch alter ich will jetzt nicht sterben mann okay wir sollten uns hatte ansonsten wer ich sterbe jetzt ich sterbe jetzt okay okay wir sollten uns rüberbauen der ender dragon ist ja noch nicht da anscheinend also bau du dich rüber sneak bloß ganze zeit und ich pass auf wenn der kommt dann sage ich dir bescheid okay ob ich etwas wovon ich mehr habe habe ich mein kommst du und da gelassen scheiße egal ich habe ich habe auch noch ein bisschen stein alter ich habe so angst bitte man bitte lass es gut gehen eingang ist aber schon ziemlich gefährlich ja ist doch egal wir haben keine zeit um mehr zu bauen stimmt denn deswegen lässt sich nicht blicken hat sonst noch nicht bemerkt hoffentlich hoffentlich umso besser wenn uns nicht bemerkt okay wenn er mich jetzt unterstößen würde dann hätte ich würde ich auf jeden fall im sicheren landen okay ich hab's geschafft komm rüber sehr gut ja wir haben es geschafft alter ok sehr ich hab so angst gut ich glaube das schwerste ist jetzt auf jeden fall schon mal überstanden glaube ich hoffentlich komm erstmal hier rein jetzt nach oben gegen den ender drängen jetzt gibt's beef jetzt gibt's beef ich hab so übel angst man ja ich will jetzt nicht sterben das wäre so kacke also wenn es jetzt ein normales projekt werden scheiß drauf wenn wir sterben dann machen wir kommen wir halt einfach noch mal ne aber hier ist es einfach vorbei wenn einer stirbt ja ich will du es deine drei goldapfel schieh ich nicht wirklich die zu essen ja mach ich auch nicht sobald wir oben sind werde ich wahrscheinlich den ersten essen ok wir sind um wir sind oben wo sender dreygen ich weiß nicht der ist ja nicht ich sehe noch nicht ja ich habe doch sehr sehr selten jogger dann ist ja ok wir müssen die teile abschließen ja 1 habe ich vorher schon von weitem getroffen also als wir noch hinten auf der plattform war ja scheiße mein internet was ist ich kann keine pfeile mehr schließen und du bewegst dich bei mir auch nicht mehr aus ich finde mal kurz bin nun was muss ich jetzt eigentlich machen mit den teilen die abschießen mit dem bogen ja aber woher weiß ich auch wenn es kaputt ist okay jetzt geht's hier wenn sie explodieren aber jetzt geht's wieder nicht alter was ist los was ist das sehenweise in der drücken hat er mich getroffen oder so dass ich nicht auf jeden Fall alles geht schon es ist richtig verzögert 1 ist kaputt ein kristall ist kaputt der hat mich wahrscheinlich getroffen ich hab's nicht im alter was so könnte sind so alter okay ich komm lass beide disconnect machen wir kurz karten schauen was da los ist ja weil alter das richtig gefährlich so zu spielen ich wurde einfach plötzlich richtig hart nach hinten geschleudert ohne es richtig mitzukriegen ja okay bis gleich leute jo leute wir melden uns hier gerade zurück ähm bist du schon auf dem server na jetzt bei alter weh das passiert jetzt noch mal man ich will in ruhe jetzt den endkampf machen ich glaube das jetzt ja jetzt geht alles wo steht auch steht er hat mich angegriffen wenn der kommt dann noch mit dem messer mit dem schwert auf ihn schlagen ja ja ich achte gerade nicht so drauf ich achte gerade viel mehr auf die kristall wir haben aber auch nicht unendlich ich habe einfach gerade mein kopf bewegt ja aber du hast recht der kürbis bringt hier kaum was weil es hat so wenig endermänner ich dachte es hat viel mehr der ender die endermänner alter ich treffe wenn ich den verkackten kristall der explodiert einfach nicht geh halt auf andere erst mal okay ich habe gerade zwei ausgeschalten also eine eine habe ich von schon ausgeschaltet ein kristall das ist schon mein dritter den alter du triffst mich beinahe mit den pfeilen aber das geil ist ich kann jetzt seine pfeile einsammeln okay was ich aber nur noch knapp über ins deck ein endermann greift mich an wann habe ich den denn angeschaut oh shit ich war einfach in dem drin wie wir einfach die kristalle nicht treffen so jetzt geht er besser zum töten mit dem allerdings auf weiter wir treffen die kristalle nicht doch doch ich treffe schon aber ich wurde gerade von einem endermann abgelehnt aber ich habe ein kaputt gemacht ich habe ein kaputt gemacht ich hoffe an der seite geht's besser wo bist du eigentlich ich bin auf der anderen seite und schlag die kaputt ist es nicht ziemlich gefährlich sagt er hat er ist nicht stark ohne ich habe angeguckt er schreibt mich wieder an einen damen ich hoffe der ist noch nicht kaputt auf den kaputt auf den ich gerade wolle oder ist er schon kaputt ich kann gerade nicht einschätzen welcher noch ganz ist der allein ist auf jeden fall noch kannst dann stütze ich mich jetzt mal auf den den anderen den großen hast du den schon weiß ich nicht ich habe keine ahnung welche ich schon habe aber nicht mehr so viele pfeile ich habe noch übrigens ich habe noch über anderthalb stacks also hier darum mal keine sorgen vor allem können wir die auch wieder einsammeln es klappt alles mit einer internen verbindung gerade oder ja okay gut aber die porten sich so in der gegen punkt hat weil ich aber noch nach wie vor angst dass ich jetzt einmal sterbe auf den schießt auch gerade wie ich hier ein bisschen eingebackt auch steht auch steht wieso treffe ich nicht so schwach ist er dann auch doch auch nicht wie soll ich denn alter pass auf wenn er sich halt dann nützt das nicht viel ja ich weiß irgendwo halt dass ich immer noch ja da hinten hat dass ich das immer noch ganz auf den ich gerade schieße das ist immer noch ganz ja jetzt aber noch ganz ich muss sie doch irgendwie treffen schießt auch mal auf den ja wenn sie nicht verschließen endermännern verfolgt werde ich anscheinend gar nicht angeschaut ich habe keine feile mehr ich habe keinen einzigen feil mehr ich gebe dir welche ich treffe da oben einfach nicht kommen der hinten da der über mir da der da geradeaus er lebt noch der turm ja ist schon klar weil sie treffe ich nicht ich habe 10.000 mal drauf geschossen willst du mich verarschen was willst du näher dich nicht wenn ich mir gegen den ender gegen kämpfe auch schon ich habe ich habe ich gar nicht angeschaut entschuldigung ich glaube ich halte sich wirklich nur noch da denn ja auch wenn wir ihn von da fern halten dann ist dann nichts da hinten ist noch einer da hinten aufgehalten irgendwo ich sehe ich sehe ein ok er hat so viel schaden gerade von zwei feilen bekommen ja sie ist krass nur von zwei feilen und den zu treffen ist aber auch so eine kunst kleine schon ist so du musst ihn auch nicht du kannst auch einfach warten bis er kommt aber ich glaube da kann sich wirklich nicht mehr regenerieren ich glaube wir haben sie besser der eine hat auf jeden fall noch aber der zudem geht er gerade nicht anscheinend den einmal mit dem schwert getroffen kommen schon weiter wir müssen schaffen habe ich den kart getroffen habe denn einmal habt ihr noch einmal habt ihr noch einmal ich habe noch einmal ganz oft habe ich den ich habe den paar mal mit dem scheld getroffen ist ja auch einmal ein paar mal mit bogen ja ja habe ich noch ich habe eine feine mehr leider hast du noch ein paar feile ja glaub schon kann sich ein paar geben also der hat weniger als die hälfte mal wir schaffen das ja logisch schaffen wir das pass auf hinter dir wir schaffen die stoffelmann das müssen wir jetzt einfach schaffen aber jetzt noch verrecken und ich habe das lustigste ich habe ich habe ein op-gold auch einfach noch ja ich habe meine zwei goldäpfel auch noch aber die der bogen der macht schon relativ viel damit ja damit weil wir stärke drei haben ja aber auf dem schwert haben wir schärfen das macht kaum der match ja aber allerdings bogen macht er ist der boost glaube ich viel stärker als schärfe auf dem schwert also von stärker eins oder mann bogen ist der boost richtig krass auf mein internet was ist denn es leckt grad wieder jetzt geht es wieder da glauben die falle erst was tot ja ist das schüsse man ernst hat zwischendurch einfach okay noch ein schild noch ein oder zwei hits ich habe kein boh ich habe keine falle mehr wissen der falle ich habe auch nicht mehr viel ganz ganz wenn die hälfte noch mal geben kann man die hälfte geben schnell kommen kommen bitte ich habe wirklich fast keine mehr glaube ich habe nur noch 13 dann gibt man ein paar ich habe gar keine ok jetzt alter der sein 2 danke nee ich habe die vier geben geben ok habe ich noch mal getroffen nee das war ich ich habe auch getroffen ja ja ich habe den letzten hit gemacht jawohl ja ist doch egal wir haben es geschafft alter wir haben sind geschafft leute wir haben sie endlich gespielt alter wie ist das möglich wir haben einfach sind geschafft oh mein gott und ich bin auf level 70 30 angeben kommt nee wir haben es noch nicht geschafft wir müssen erst mal durchs portal gehen ich habe eine enderperle beziehungsweise enderperlen warte komm ich erst op gold apfel ich habe jetzt einfach gegessen weil das drachenei brauchen wir eh nicht nur das kann man gar nicht kriegen doch das kann man kriegen im winter ich bin durch das drachenei kann man kriegen ins winter hat es das noch nie doch mit dem pissen kann die kräfte abgespielt bei mir ich bin drin jetzt passiert ja gut leute ich hätte niemals gedacht dass ich das mal sage aber wir haben selbst gespielt nein alter ich weiß nicht ich weiß nicht genau wie wir das gemacht haben aber wir haben es gemacht das hat auch sehr viel mit glück zu tun dass der ende wegen uns am anfang nicht gesehen hat auf der plattform hätte er uns gesehen und auf uns wäre auf uns zugeflogen ihr sagt er hat uns so runter geschubst kannst du leuchten ich bin so leute wir haben wir haben es geschafft in der vierten staffel wir haben es geschafft ich dachte es gibt noch mehrere staffel ich hatte noch eine staffel mit wie bisher geplant mit see wie und noch eine exklusive staffel die ich eigentlich theoretisch noch machen könnte aber aber mehr dazu sage ich mal nicht auf jeden fall werden alle sind mitglieder also markus er also ich und russisch kuchen was damit zu tun haben johnny natürlich nicht also wir würden was damit zu tun dann bei einer special edition von the end ob es das jemals geben wird ob es das jemals geben wird werdet ihr schon früh genug erfahren vielleicht wird mir auch noch mal durch den kopf gehen weil wir haben es geschafft ja auf jeden fall danke fürs zugucken für alle staffeln es war ein richtig langes projekt bzw das projekt das hat die erste staffel waren juni oder juli ich glaube anfang juli war die erste staffel und ja jetzt im november haben wir es geschafft beziehungsweise es ist gerade noch oktober aber wenn das kommt es ist november du bist gerade bei mir das noch mal zu sagen leute eine riesige video empfehlung von mir wenn ihr die drei ersten staffeln noch nicht gesehen habt schaut auf dem kanal von bombe vorbei weil die sind wirklich extrem geil auch wenn die wenn sie es da nicht geschafft haben aber richtig nackig ja kurz in welchem fall gut 32 platz durch geschafft das heißt natürlich jetzt wird keine seien staffel mehr folgen wie schon angekündigt höchstens noch irgendwann mal die special edition seend das könnte es dann irgendwann mal geben ich werde euch schon früh genug das alles noch dann erzählen und ja ich würde mich über eine letzte bewertung für den letzten part seend für immer freuen und ja schaut unbedingt noch bei elp green kauf vorbei und hast du noch was zu sagen letzte worte es bin einfach so froh dass wir den fucking dragon besiegt haben oder wie ich habe ich schon nicht sagen wird lasst doch diese paar drachen ficken ich hätte nicht gedacht dass wir es schaffen ganz ehrlich hätte ich nicht gedacht wir haben eine richtig gute staffel hingelegt würde ich sagen also es ist richtig viel passiert hier passiert richtig viel geiles passiert alter ganz ehrlich nieder wenn wir fast schon als wäre ich ja fast schon verreckt und ich wäre verreckt wenn da dieser vorsprung nicht gewesen wäre okay auf jeden fall war es ein schönes projekt da sind wir glaube ich uns allen einig und ja macht's gut leute und wir sehen uns dann bei anderen projekten bei elp green kaufs und auch bei mir ja bis dann und macht's gut ich lasse hier noch einmal den ablauf fertig haben durchlaufen und mit episch der musik und danach kommt noch ein schöner zusammenschnitt okay mal gucken vielleicht mache ich das auch vielleicht auch nicht mal gucken tschau tschüss jawohl leute äh äh du weißt schon was ich noch aufnehmen ne scheiß drauf ich breche die aufnahme ab tschüss leute jetzt kommt einfach dieser geile zusammenschnitt der terror des bösen hat nun endlich sein ende genommen der enderrank konnte endlich bezwungen werden durch zwei tapfere helden sämtliche bewohner der minecraft welt können nun endlich in frieden leben und die monster sind ebenso schnell verschwunden wie sie gekommen sind viele jahre lang haben alle gespannt auf diesen moment gewartet nun kann die gesamte welt endlich in seiner blüte erstrahlen doch was machen unsere helden nach diesem abenteuer wir haben keine zeit uns unserem sieg zu erfreuen denn es gibt immer wieder neue aufgaben und projekte die bedürfen gemeistert zu werden um den frieden zu barren und die zuschauer zu unterhalten kiss team 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 peer We pray for knowledge far in Thee unknown Our time has come to find what we want to show I have come to find what we want to show Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.